Hey ho Leute und willkommen zu dem nächsten Unboxing und das Unboxing ist ein kleines bisschen größer, wie ihr schon im Titel lesen konntet, werde ich heute viel auspacken. Als allererstes nehmen wir mal das Amiibo Festival Special Edition vor und zwar da drin ist halt das Spiel Animal Crossing Amiibo Festivals, was ich gleich danach mit meiner Freundin, mit meiner zarten Blume spielen werde und den Part hoffentlich heute noch hochladen werde. Ansonsten werdet ihr den Part morgen als Special bekommen, weil ich werde da ein kleines bisschen viel rumschneiden und ich weiß ja nicht, wie lange eine Runde geht. Also ja, wir werden es dann sehen. Wenn das euch gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, dann kann ich das öfter so etwas machen, aber als festes Projekt ist es bis jetzt noch nicht geplant. Da drin sind noch drei weitere Amiibo Karten, also so ein Booster Pack und zwei Amiibos. Wer hätte das gedacht? Fangen wir gleich mal an. Cool, als allererstes muss man den Karton rausnehmen von Animal Crossing und hat die zwei Amiibos schon mal ausgepackt, komischerweise. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die auswendig heißen. Eine Sekunde, ich schneide das wahrscheinlich raus. So, also wir haben jetzt die zwei Amiibos hier schon in nur Plastik, also das finde ich schon etwas schade, dass die Originalverpackung auch nicht dabei ist, aber egal. Der eine, wir nehmen die mal raus, also... Aber dafür ist ein Special Plastikzeug, Dings, Bunks, Dunks, Rangs, Langs, genau. Also der eine hier heißt Moritz. Das ist ein kleiner Hund, so ein Nobelhund, keine Ahnung, hat Creepy Eyes, weiß. Und der heißt Moritz oder auch Digby, Moreta, Max oder was weiß ich was. Dann haben wir hier natürlich Melinda. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber es sieht cool aus. Also ich bin nicht abgeneigt davon, irgendeines der Animal Crossing Teile irgendwann mal spielen zu können. Melinda oder auch genannt Isabelle. Ja, Melinda. Ähm, das wären die zwei schon mal gewesen. Dann zum nächsten, wir haben hier so ein Boosterpack, wo eigentlich schon drei Karten ausgepackt in Plastik nochmal dabei sind. Also nichts Besonderes. Wenn ich das jetzt auch bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ähm, hallo. Ah, jetzt. Jetzt haben wir sie ausgepackt. Ähm, und diese Amiibo-Karten können wir für das Home-Design dahernehmen oder auch für Amiibo-Festival. Also hinten steht drauf Amiibo-Festival. Ich glaube, das ist die zweite Kollektion. Und wir haben einmal Goldi. Mienzchen, Mirza, keine Ahnung, steht Goldi drauf. Dann einmal Stitches. Oh, schaut komisch aus. Und einmal Rosi. Hey, Rosi finde ich cool. Rosi ist cool. Rosi ist cool. Und das sind all die Karten von der zweiten Kollektion, soweit ich weiß. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Dann den typischen Beipackzettel für die Amiibos, wie man die verwenden soll und was weiß ich was. Und zuletzt natürlich das geniale Spiel. Das Spiel werde ich jetzt nicht besonders groß auspacken. Ich werde es einmal von seiner Folie befreien. Von seiner Folie des Grauens. Und dann schauen wir uns ganz kurz mal das Innere an. Weg mit dem Plastik. Ich habe hier hinten meine Plastikmüllsachen. Also hier ist nur einmal die Gebrauchsanleitung drin, die nicht so gerade prickelnd ist. Ich schmache ganz bisschen den Karton weg. Und einmal die CD. Also ich muss sagen, vom Design der CD ist das cool. Man sieht ein paar Animal Crossing Figuren. Es trifft passend das Theme. Also dass da Animal Crossing Figuren drauf sein sollen. Dann, dass es Amiibo Festival ist. Dass es irgendwie so eine Art Mario Party ist. Überall Würfel. Passt auch. Und noch ein paar Aktionsmuster wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Das werdet ihr dann gleich alles beim Testpart sehen. Beim Antest oder keine Ahnung, wie ich das nennen werde. Gut. Dann gehen wir mal von Reihe zu Reihe vom Special zum nächsten Special. Dann habe ich mir die geholt. Die drei. Einmal KK, soweit ich weiß. Einmal Rosina. Und einmal Björn. So heißen die auf Deutsch. Ansonsten heißen die KK. Cyrus und Reese. Oder Risette und Serge. Serge. Naja. Wir machen das mal auf. Hier haben wir einmal Rosina. Oh, schaut die nicht süß aus? Yeah. Ich finde sie super. Dann den Bruder. Soweit ich das verstanden habe. Hoffentlich. Oder nicht der Freund. Keine Ahnung. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Die Animal Crossing Fans unter euch wissen es bestimmt. Ob das der Freund, Mann oder Bruder ist. Björn. Und natürlich den beliebtesten Charakter. Den KK. Den auch der schöne Song gewidmet wurde, soweit ich weiß. Ja. KK. Mit einer schönen Gitarre auf einem Holzstamm am Sitzen. Ja. Nächste Charaktere. Jetzt kommen wir zu einem, der nicht so extra Special ist. Also es sind nur noch drei Stück übrig. Und die sind extra verpackt. Einmal Tom Nook. Werde ich jetzt auch noch schnell auspacken. Hier haben wir einmal den Waschbären Tom Nook. Schaut recht cool aus. Hat einen typisch siedlerischen Pulli. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber wenn man drüber fährt. Das ist total detailreich gemacht. Also da sind Rillen. Und fühlt sich wirklich so an wie so eine Art. Ja. Strickpulli. Und ich glaube das ist der Bürgermeister. Korrigiert mich. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Tom Nook ist der einzigste von diesen Animal Crossing Charakteren. Der überall auf jeder Sprache Tom Nook heißt. Ein kleiner Infofact am Rande. Der nächste ist Mabel oder Tina auch genannt. Ja. Auspacken. Wow. Schaut sie euch mal an. Schaut sie euch mal an. Diese Stacheln. Und die fühlen sich wirklich stachelig an. Boah ist ja mega geil. Boah das fühlt sich so echt an. Cool. Also ich weiß nicht ob das ein Stahltier sein soll oder ein Igel. Schreibt es mir einfach in die Kommentare meine lieben Leute. Die nächste ist Lottie oder Karl Lotte auch genannt. Viele von euch kennen sie. Ich kenne sie nicht. Ich werde sie erst kennenlernen. Soweit ich weiß. Und da braucht mich auch glaube ich keiner mehr korrigieren. Ist das ein Otter. Ich weiß nicht warum es so blendet. Aber ich glaube wegen der Seite. Ja. Haha. Belichtungsprobleme. Ich habe Amazon Seite noch ganz weit offen gehabt. Entschuldigung falls es zu hell war. Das ist ein Otter. Ich finde sie schaut cool aus. Detailreich sind halt die Knöpfe. Weil man die auch richtig spüren kann. Ihre Manschetten genauso. Ja. Uh und die Schleife. Yeah. Und alle Animal Crossing Charaktere haben so eine Art Wiese hier unten drauf. Cool. Und das war es auch von den normalen Charakteren. Und jetzt kommen wir, wie ihr auch im Titel gelesen habt, noch zum letzten Auspack-Kandidaten. Und zwar Falco. Finde ich cool. Ja Leute. Falco Amiibo. Was ist so besonders an ihm? Sein Schwanz. Also wirklich sein Vogelschwanz. Fühlt sich wirklich etwas rillig an. Und hier unten. Das. Also das Aufsteigende und Absteigende. Das kann man hier vielleicht nicht richtig sehen. Aber es fühlt sich brutalst echt an. Und da. Den kann man auch etwas wackeln lassen. Uh. Dann der Arm. Recht stabil. Auch in seiner komischen Vogelhaltung gedacht. Ninja. Die Waffe. Oh die Waffe. Die fühlt sich auch echt an. Alles fühlt sich so echt an. Oh und die Schuhe. Als wären das wirklich so ganz glatte Teile gewesen. Und ich glaube das. Weiß ich jetzt nicht wie es heißt. Das wissen nur die Fox. Also Star Fox. Leute. Fans unter euch. Aber das. Schaut mega geil aus. Und fühlt sich auch mega geil an. Ja Leute. Das. Oh und der Schnabel. Der Schnabel. Aua. Schnabel. Ja Leute. Das war es von dem kleinen Unboxing hier. Falls euch das gefallen hat. Hinterlasst mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Und korrigiert mich überall wo es etwas zu korrigieren gab. Ich danke euch fürs Zuschauen. Der Part. Ich weiß nicht. Der Antest Part. Wird wahrscheinlich erst am Samstag kommen. Tut mir leid. Also wir werden das zwar jetzt aufnehmen. Aber ich glaube nicht dass ich bis. 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 Dass ich es nicht bis heute noch fertig bekomme. Bis es auch noch draußen ist. Und so gerendert. Und so. Ich werde sehr viel nämlich schneiden. Damit unwichtige Details und so weiter einfach mal außen vor bleiben. Damit ihr auch selber was erkunden könnt. Yeah. Ja. Und ja. Wir sehen uns morgen beim Test Part wieder. Und morgen wird es noch ein Infovideo geben. Wird es noch ein Infovideo geben. Nach dem Test Part von Animal Crossing Amiibo Festivals. Und da geht es darum was nächste Woche und so weiter alles geändert wird. Und unter anderem hauptsächlich wegen meines Upload Plans. Ja Leute. Ich habe ein Problem gelöst. Ich werde es versuchen so zu halten. Und wenn es klappt. Freut euch auf viele schöne unterschiedliche Parts. Die demnächst kommen werden. Und Sonntag wird es natürlich wieder Splatoon Online geben. Wow. Eine Ausnahme. Haut rein mein Lieben Styler. Bis zum nächsten Part. Euer PV Style. Tschüss. Oh.